Ja, fröhliche Weihnachten, hier ist der Promi-Produzent. Ganz kurz, das hier ist nicht irgendwer, sondern das ist die Tochter von Michael Jackson. Und die knutscht hier am Strand, wie ihr sehen könnt. Das ist doch mal was Erfreuliches, was Schönes zu Weihnachten. Kein Schnee, aber dafür Strand. Und ja, das sieht doch ganz ansehnlich aus. Was meint ihr, wie findet ihr das? Ich meine, das ist doch das Beste. Ich meine, gut, der King of Pop ist leider Gottes verstorben, aber seiner Tochter geht es gut.